Wie viel muss ich eigentlich verdienen, um mir einen Tesla leisten zu können? Ein Standard-Tesla-Model 3 kostet 49.990 Euro. Wenn wir die bekannte 20-4-10-Regel anwenden, tun wir 20% Eigenkapital am Anfang selber anzahlen, also 10.000 Euro, und maximal vier Jahre lang finanzieren. Das wären bei 3% Zinsen 858 Euro im Monat. Okay, und wenn ich jetzt 150 Euro dazurechne für Versicherung und Instandhaltung, dann wären wir dann bei 1.000 Euro, richtig? Richtig, und weil nach der Regel die Ausgaben nicht mehr als 10% unseres Einkommens ausmachen sollten, multiplizieren wir es mit 10, also wären wir bei 10.000 Euro. Das nehmen wir jetzt mal 12, weil wir es auf Jahr hochrechnen wollen, also wären wir bei 120.000 Euro. Also sollte mein jährliches Einkommen bei ca. 120.000 Euro liegen? Genau, nach der bekannten 20-4-10-Regel absolut richtig. Gut zu wissen, ich folge euch auf jeden Fall für mehr Finanztipps.